Eines Tages habe ich zu meinen Freunden gesagt, wir müssen diese Zacharie umbringen, weil er ein ungläubiger Mensch ist. Herzlich willkommen zu Hoffnungsmensch, dem Podcast mit Menschen, die mit dem Himmel im Herzen die Welt verändern. Heute bei mir zu Gast Yassir Ehrig. Er ist 1972 im Nordsudan geboren und war militanter Islamist. Heute ist er evangelischer Theologe, lebt in Deutschland und hat eine schwäbische Frau geheiratet. Yassir Ehrig hat eine krasse Geschichte. Er hat erlebt, was eigentlich kein Mensch von sich sagen kann. Er stand an seinem eigenen Grab. Yassir, herzlich willkommen. Schön, dass du da bist. Vielen Dank, Stefan, für die Einladung. Ich bin sehr, sehr gerne hergekommen. Yassir Ehrig, was bist du eigentlich inzwischen mehr? Schwabe oder Sudanese? Beides eigentlich. Ich kann auch ein bisschen Schwäbisch sprechen. Ich kann sagen, wo gehst du hin, muss man sagen. Für die, die das Schwäbische nicht so kundig sind. Richtig. So, in meinem Kopf habe ich zwei Teile. Sudanesische Teil und Deutsch-Schwäbisch. Und beide arbeiten nicht gleich. Das heißt, wenn ich mit arabisch sprechenden Menschen unterwegs bin, dann schalte ich meinen sudanesischen, arabischen Teil. Dann schaltest du um. Richtig. Machst du eigentlich Kehrwoche und isst Kässpätzle und so? Oh ja. Das musste ich eigentlich hier lernen, als ich nach Deutschland gekommen bin. Und ich musste das Kehrwoche-Konzept verstehen. Und nicht nur das, sondern Müll trennen und was weiß ich. Und es gab eine sehr lustige Geschichte am Anfang, als ich kam. Ich wusste nicht, dass jeder Haus hat seinen eigenen Mülltöner. So, ich habe einfach unseren Müll genommen. Ich habe einfach einen grünen Mülltöner gesehen, reingeschmissen. Und dann kam der Nachbar und hat so geschimpft. Ich kann mir das vorstellen, ja. Genau. Und bis heute bin ich sehr, sehr dankbar. Damals verstand ich kein einziges Wort, was er gesagt hat. Willkommen in Deutschland, kann man nur sagen. Also, du hast eine unfassbare Lebensgeschichte. Du bist im Sudan in einer muslimischen Familie geboren, aber nicht nur muslimisch, was ganz normal ist, sondern einer Familie, die schon, man kann schon sagen, zum Islamismus tendiert hat, eigentlich schon immer. Erzähl uns ein bisschen, wo kommst du her? Ja, ich komme vom Nordsudan. Ich bin in einer sehr, sehr großen Familie geboren. Das ist eigentlich ein Clan, man kann das sagen. Und wie du gesagt hast vorher, nicht eine normale muslimische Familie. Die meisten Muslimen, die wir in Deutschland haben, die wir im Sudan haben, sind friedliche Menschen. Aber meine Familie war ein bisschen anders. War nicht nur militant, sondern meine Familie gehörte zur Muslimbruderschaft. Mein Großvater war einer von den Großakteuren, die die Muslimbruderschaft im Sudan gegründet hat. Muslimbruderschaft, muss man dazu sagen, ist eine Art Netzwerk, aus dem heraus auch islamistische und terroristische Initiativen entstanden sind. Es ist eigentlich Al-Qaida, Boko Haram, Al-Shabaab, die sind alle… Alle gehen darauf zurück, im arabischen Raum. Und sie versuchen einfach, die Menschen zu den wahren Islam zurückzubringen. Die sagen eigentlich, der wahre Islam, wie Mohammed das gelebt hat, wie im Jahr 632, bevor Mohammed starb und nach ihm. So, sie wollen die Leute zu diesem konservativen Islam bringen und deswegen sortieren sie die Menschen, Gläubige und Ungläubige. Als ich Kind war, habe ich das einfach von meinem Vater auch gehört, von meinem Großvater. Und wir haben Menschen gehasst, die nicht zu unserem Clan gehört haben und vor allem Christen und Sudsudanesen. Ja, so die Muslimbruderschaft, meiner Meinung nach, ist eine sehr, sehr gefährliche Gruppe. Und ihre Gefahr ist nicht nur gegenüber den Christen, sondern den Muslimen. Es gibt viele Muslimen, die sind Opfer von der Muslimbruderschaft. Du warst als Kind schon in dieser Familie auch bereit, dich zu radikalisieren. Du warst mitbeteiligt an einem Überfall auf einen Mitschüler. Das war nicht nur Mobbing, nicht nur Ausgrenzung oder Diskriminierung, sondern im Grunde war das fast ein Mordanschlag oder ein Tötungsversuch. Richtig. Ich war in der Koranschule, als ich Kind war. Mein Vater hat mich dorthin gebracht. Ich war nur acht Jahre alt und hat mich dort geliefert. Also es war ein Internat, ne? Genau. Einfach im ganzen Nordrhein-Westfalen, in der Grenze zu Ägypten. Und dann kam nach zwei Jahren, mich abzuholen. Ich wusste nicht, wo ich war. Ich wusste nicht, was mit mir gemacht wird. Und dort wurde meine Kindheit eigentlich begraben. Und dort wurde ich radikalisiert. Und als ich auf Highschool war, kam ein Christ vom Sudsudan. Er war der einzige Christ bei uns in der Schule. Er hieß Zakaria. Er saß neben mir und ich habe ihn gehasst. Weil er Sudsudaneser war und weil er Christ war. Und eines Tages habe ich zu meinen Freunden gesagt, wir müssen diesen Zakaria umbringen, weil er ein ungläubiger Mensch ist. Und dann haben wir ihn in einer dunklen Nacht attackiert. Zakaria hat geschrien und ich höre seinen Schrei bis heute. Und wir waren ohne Erbarmen gegenüber ihm. Wir haben seinen Arm gebrochen, seinen Fuß gebrochen. Wir haben ihn verletzt und er hat geblutet. Und plötzlich konnte er nicht mehr atmen und nicht mehr schreien. Und wir haben ihn unter diesem Baum zwischen Leben und Tod gelassen. Und Zakaria kam nie wieder zu uns in der Schule. Damals habe ich gedacht, ich habe etwas Gutes für Allah, für Gott getan. Du bist später Christ geworden und hast ein ganz anderes Leben begonnen. Wie das dazu kam, darüber reden wir gleich. Vorher wollen wir dich noch ein bisschen kennenlernen und spielen die kleine Entweder-oder-Fragerunde. Naja, es ist nicht wirklich ein Spiel. Ich stelle dir zwei Alternativen. Du entscheidest dich für eine oder nennst eine dritte. Nicht immer ganz ernst gemeint, aber so ein bisschen was hat es mit deinem Leben schon zu tun. Erste Frage. Maultaschen oder Falafel? Maultaschen. Ah, ja. Im Schwäbischen angekommen, ja? Rechts oder links? Rechts würde ich sagen, aber nicht politisch. Guter Zusatz, ja. Afrika oder Europa? Ah, das ist sehr schwierig, Stefan. Afrika ist meine Heimat, aber Deutschland ist auch eine Heimat für mich geworden. Und deswegen würde ich beide sagen. Schwarz oder weiß? Ja, schwarz. Hass oder Liebe? Liebe. Jesus oder Mohammed? Jesus, auf jeden Fall. Stichwort Bekehrung, Yassir. Wie kam es dazu, dass du Christ geworden bist? Ich muss einfach sagen, ich habe noch nie Beziehungen zu Kirche, Beziehungen zu Christen gehabt, weil das Bild vom Christentum für mich war ein schreckliches Bild. Unter dem Bild Christentum habe ich Kolonialmächte verstanden. Christentum ist die Kreuzzüge. Christentum ist diese ganze Unmoral in den Westen. So hast du das gelernt. Das habe ich gelernt. Und wie bist du dann trotzdem zum Christen geworden? Ja, und das Christentum für mich war auch Menschen, die drei verschiedene Götter glauben, Menschen, die unmoralisch sind. Und mein Gebet war nicht, weil ich von irgendetwas überzeugt bin. Das Thema Trinität, die Bibel und Christen, das waren alles Sachen, die ich später, ich habe sie damit beschäftigt. Glaubenslehre und so, ja. Aber wenn ich heute zurückblicke, ich habe Ja zu Jesus Christus gesagt, weil er mein Herz berührt hat. So, und das hatte große Folgen für dich? Ja. Du bist Christ geworden. Und dann hat sich dein Leben radikal verändert. Wie hat deine Familie reagiert? Ja. Ich bin so streng gläubig erzogen. Und mein Vater und Großvater, sie haben immer zu mir gesagt, du sollst immer dafür stehen, was du daran glaubst. So radikal war ich als Muslim. Dann habe ich gedacht, jetzt folge ich Jesus Christus nach und es ist fair, dass ich meiner Familie das sage. Dann habe ich das auch meinem Vater gesagt und es war das erste Mal in meinem Leben, dass ich sehe, dass mein Vater weinte. Tränen kamen von seinen Augen und dann er sagte zu mir, du bist nicht mehr mein Sohn. Ich habe eine sehr enge Beziehung zu meinem Vater. Und ich sage oft, das Beste von mir habe ich von ihm gelernt und hat mir so viel bedeutet. Er, mein Großvater und meine Familie. Und diese Worte, du bist nicht mehr mein Sohn und ich musste mein Zuhause verlassen. Diese Worte klingen in meinen Ohren bis heute, Stefan. Und es fällt mir immer schwer, wenn ich darüber rede. Obwohl meine Familie fanatisch Muslim war oder ist, aber sie war meine Familie. Und auf Arabisch haben wir ein Sprichwort sagt, Blut wird nie Wasser werden. Und er sagte zu mir, du bist nicht mehr mein Sohn und ich musste mein Zuhause verlassen. Und das darf man nicht mit etwas vergleichen wie in Deutschland, wenn jemand 18 Jahre alt ist, geht man und findet man seinen eigenen Weg. In unserer Kultur, man wird in der Familie geboren, lebt man in der Familie und stirbt man in der Familie. Und um sicher zu sein, dass niemand mit mir redet, mein Vater hat mich vor Tod deklariert. Du sprichst auch vom schlimmsten Tag deines Lebens, als du diesen Satz gehört hast. Genau. Er sagte, du bist von uns gestorben. Und das hat dein Vater, deine Familie auch ganz durchgezogen. Richtig. Sie haben dich für gestorben erklärt. Wie hat das ausgesehen? Ja, sie haben die Menschen eingeladen für eine Trauerfeier. Und sie sagten, unser Sohn lebt nicht mehr. Ja. Und sie haben einen Sarg gebracht. Und sie brachten diesen Sarg zum Friedhof. Menschen, die Leute haben tatsächlich geglaubt, dass ich tot bin. Ja. Und meine Familie wollte einfach sicher sein, wenn jemand von meinem Kleinen mich auf der Straße begegnet ist, sie sollen mich nicht begrüßen. Ja. Er sagt, das muss man kurz nochmal sacken lassen. Dein Vater hat zu dir gesagt, du bist nicht mehr mein Sohn. Ja. Und es war nicht nur mal emotional ein Ausbruch, ein Streit, eine Eskalation, sondern das wurde durchgezogen. Genau. Bis dahin, dass die Beerdigung von dir organisiert wurde. Es wurde die Familie eingeladen. Richtig. Es wurde öffentlich, wurdest du bestattet. Richtig, ja. Und dann auch juristisch musste ich unterschreiben, dass ich nichts von meiner Familie erbe, dass ich nicht zu dieser Familie gehöre. Und darum ist mein jetziger Nachname, Erik, das ist nicht von meiner Familie, wo ich geboren worden war. Und dann haben sie das durchgezogen. Und in unserem Dorf gibt es ein Grab, wo mein vollen Namen steht. Und es war auch sehr, sehr schlimm, sehr schlimm, zu wissen, zu hören und in der Zeitung zu lesen. Ich existiere für sie nicht mehr. Und du hast dann, bist bei diesem Weg trotzdem geblieben. Es hätte ja auch sein können, du sagst, wenn das so ist, dann drehe ich um, dieser Glaube, das geht irgendwie auch anders. Aber nein, du hast harte Konsequenzen in Kauf genommen. Du saßt im Gefängnis und zwar in einem Foltergefängnis. Was war da? Ja, dort war sehr, sehr schrecklich. Als sie mich dort gebracht haben, bevor du reinkommst, du hörst einfach Menschen, die nur schreien. Und du kommst rein und du siehst diese grausen Szene dort. Und Menschen sind mit Strom verkabelt, kriegen wie Stromschläge. Menschen werden mit Wasserschlauch geschlagen. Und das war grausam, war grausam in diesem Hof. Und dann danach, und ich dachte, ich würde dort nur für einen Moment und dann würde ich entlassen. Also was du jetzt sagst, sind die Erlebnisse im Hof, nicht als du hineingekommen bist. Ja, im Hof. Aber du wurdest nicht entlassen, sondern du bliebst dort 49 Tage. Genau, sie haben mich zu einem anderen Ort gebracht. Und dieser Ort war unterirdisch, im dunklen Keller. Als ich reinkam, ich konnte kaum etwas sehen, weil es so dunkel war. Und ich wurde in diese Zelle reingesperrt. Und während ich dort gelaufen bin, ich habe einen Gestank, oder dort war ein unerträglicher Gestank. Ich habe keine Ahnung gehabt, woher das kam. Und dann haben sie mich in diese Zelle zuerst mit zwei Sudanesen reingesperrt, die nicht mehr reden könnten, weil sie so gefoltert sind. Und nach ein paar Tagen, man fängt an, auch in der Dunkelheit zu sehen, weil deine Augen werden einfach dafür gewöhnt. Und dann schaue ich einfach draußen vor diese Zelle. Und ich habe rechts und links gesehen, dass Leichen dort waren. Menschen, die tot waren. Und von daher kam dieser Gestank. Ich habe keine Ahnung, wie lange diese Menschen dort tot waren. In so einer Situation, die kein Mensch eigentlich ertragen kann, die irre und ausweglos ist, ist Hoffnung buchstäblich ein Fremdwort. Du erzählst selber, Jesus ist das Licht gewesen, also ein Glaube, der dich gehalten hat. Was bedeutet Hoffnung für dich auch heute im Rückblick, wenn du das nochmal so reflektierst? Was für mich bedeutet, ist die Realität von Jesus. Als ich im Gefängnis war, diese Kraft kam nicht von mir. Ich war verzweifelt. Ich war manchmal auch deprimiert. Aber diese Präsenz, diese Gegenwart Jesus war so real. War so real bei mir in dieser Zelle. Und es gab mir damals Halt. Und es gibt mir immer noch heute Halt. Und das habe ich nicht nur 1992 oder so erfahren. Sondern in jeder Situation, wo ich mich befinde. Ich kann mich immer zurück auf Jesus Christus fallen, in seine Hände. Und ich fühle mich von ihm getragen. Hoffnung, ja, sehr bedeutet für verschiedene Menschen, ganz unterschiedliches. Manche sind auf der Suche. Es gibt hier ein Glas, das darfst du mal zu dir herziehen. Wir haben da Hoffnungslose drin. Sogenannte Hoffnungslose. Und da stehen verschiedene Sätze drauf, die mit dem Thema Hoffnung zu tun haben. Ich bitte dich mal einlos zu ziehen und vorzulesen, was darauf steht. Es gibt ganz unterschiedliche Sprüche und Sätze, die da stehen. Und das mal vorzulesen. Und dann kannst du das mal kommentieren, etwas dazu sagen, von deiner Sicht her. Du musst es irgendwie aufschnüren. Einfach genau rausziehen. Okay, hier steht, Hoffnung wird manchmal überbewertet. Hoffnung kommt in dem Augenblick, in dem wir loslegen. Louis Neubauer. Ja, Hoffnung wird manchmal überwertet. Überbewertet. Und für mich, Hoffnung ist eigentlich nicht nur ein Gedanke oder irgendetwas, was ich überwerte oder bestätige oder nicht. Hoffnung für mich ist eine Person. Und diese Person heißt Jesus Christus. Das Zitat kommt von Luisa Neubauer, die ein großes Anliegen hat, dass wir die Welt nicht vor die Hunde gehen lassen angesichts der ganzen Umweltzerstörung. Und sagt dann, Hoffnung wird manchmal überbewertet, wenn wir nur warten. Die Hoffnung kommt, wenn wir was anfangen und loslegen. Und das ist bei mir auch passiert, als ich Ja zu Jesus Christus gesagt habe. Ich habe nicht viel Zeit verbracht, um zu vergleichen, tiefer zu gehen und so, sondern ich habe einfach einen Schritt getan. Gott hat Ja zu mir gesagt. Und meine Hoffnung fing an, als ich Ja zu ihm gesagt habe. Und deswegen, ich stimme einfach mit ihr zu, wenn wir einfach loslegen, wenn wir einen Schritt tun. Und ich lebe hier in Deutschland seit vielen Jahren und ich weiß, manchmal sind wir so, manchmal sehen wir, warum die Sachen nicht gehen sollen. Ja, wir sehen das Problem, wir sehen, aber ich glaube, in Bewegung, in Bewegung werden wir viele Sachen nicht nur lernen, sondern wird uns überraschen. Und besonders mit Jesus, besonders mit Jesus unterwegs zu sein. Genau, es geht darum, dass man nicht nur etwas im Herzen hat innerlich, sondern auch losgeht, dass etwas in Bewegung kommt. Du bist jetzt in Deutschland, sagst du gerade auch, bist evangelischer Theologe. Was machst du eigentlich jetzt in Deutschland? Ja, ich leite ein Institut in Kornthal, in der Akademie für Weltmissionen, heißt Europäisches Institut für Migration, Integration und Islamthemen. Ja, das ist, das nimmt einen Schwerpunkt von meiner Arbeit. Auf der anderen Seite begleite ich auch viele Konvertiten, die Muslimen geworden sind. Die Christen geworden sind. Ja, sorry. Muslime, die Christen geworden sind. Muslime, die Christen geworden sind. Menschen, die wie ich, die alles verloren haben und verfolgt sind. Und unser Problem ist nicht Verfolgung. Verfolgung macht uns bessere Christen, Menschen, die Jesus Christus besser kennenlernen. Unser großes Problem ist Identität und wohin wir gehören. So, ich bin unterwegs mit vielen von diesen Konvertiten und betreue sie geistlich. Und wir landen zusammen in einer Gemeinschaft. Also, du bist ein Brückenbauer. Du setzt dich ein für Toleranz, für Religionsfreiheit. Du bist überhaupt nicht gegen Muslime. Im Gegenteil, ich kenne niemanden, der so liebevoll auch über Muslime und den Islam spricht wie dich. Wir haben aber, erleben in Deutschland oft, diese Polarisierung. Islamismus auf der einen Seite und dann Populismus und Fremdenhass auf der anderen Seite. Wie findet man einen guten Weg, um Brücken zu bauen? Wir brauchen einen dritten Weg. Und dieser dritte Weg von mir sieht so aus. Wir müssen zwischen Islam und Muslimen unterscheiden. Islam ist eine Religion. Ja, mit allem, was er hat. Und wir dürfen diese Religion nicht nur kritisieren. Wir dürfen uns auseinandersetzen mit dieser Religion. Wir dürfen auch über die kritischen Sachen reden. Genauso wie wir mit dem Christentum, Judentum, jeder Ideologie. Alles Religion. Für mich, diese Menschen tragen das Ebenbild Gottes. Diese Menschen sind von Gott geliebt. Und zu diesen Menschen müssen wir Brücken bauen. Das heißt, wir müssen unsere Hausaufgaben machen. Kulturell uns gegenseitig verstehen. Wir müssen miteinander reden. Nicht übereinander reden. Und wenn es ein Problem in unserer Gesellschaft gibt, wir müssen über diese Probleme reden. Was ich in Deutschland hier schätze, ist die Klarheit. Man redet Klarheit in allen Sachen und das ist etwas Gutes. Aber ich habe das Gefühl, wenn es zu diesem Thema Islam kommt und Muslimen und Islamisten und was weiß ich, entweder schweigt man oder versucht man eine Differenzierung zu machen, die nicht realistisch ist. Das heißt, Muslimen als Menschen, die in diesem Land leben. Sie haben Rechte, sie haben Pflichten. Und deswegen Integration für mich ist nicht, dass jemand mich toleriert und sagt, lass sie einfach so leben. Sondern Integration bedeutet für mich, wir brauchen als Migranten Muslime und Nicht-Muslime. Wir müssen wissen, welche Pflichten haben wir in diesem Land und welche Rechte. Und ich kann erst meine Rechte verlangen, wenn meine Pflicht sozusagen erfüllen. Das meinte ich. Brücken bauen zu Menschen. Ich würde nie jemanden hier in Deutschland unterstützen, der Muslimen hasst. Nie. Und das dürfen wir auch nicht. Und von daher, ich finde, das ist problematisch, dass Menschen gewisse Sachen instrumentalisieren, nur um uns in dieser Gesellschaft zu spalten. Du machst eine klare Abgrenzung gegen alle rechtspopulistischen oder dazu tendierenden Haltungen. Bist ganz Muslimen zugewandt. Ich will dich mal fragen noch nach der Unterscheidung zwischen Islam und Islamismus. Kann man die eigentlich treffen? Wo läuft diese Linie? Eigentlich kann man das nicht trennen. Das ist eine Fantasie, zu sagen, okay, nicht alle Muslimen Terroristen sind. Und das stimmt. Es gibt viele Muslimen, die friedliche Menschen sind. Ich habe viele Freunde, die friedlich sind. Und man versucht, zwischen Islam und Islamismus zu unterscheiden, zu sagen, okay, damit wir die Menschen nicht treffen. Und deswegen mache ich die Unterscheidung Islam und Muslimen. Und nicht Islam und Islamismus. Es gibt doch aber auch einen offenen, einen toleranteren, aufgeklärten Islam. Das stimmt. Das stimmt. Allerdings die Islamisten, Al-Qaida, auch als ich Muslim war. Ich habe Menschen gehasst, nicht weil ich nur ein schlimmer Mensch war, sondern ich habe Texte gehabt. Texte, die zu mir sagen, du darfst die Christen und die Juden nicht als Freunde annehmen. Und ich war ein gläubiger Mensch. Und ich nahm diesen Text ernst. Die Menschen können sagen, ja, die Muslimen, oder dass ich diese Texte falsch interpretiert habe. Aber das hilft uns nicht. So diese ganze Gedanken, die Islamisten haben den Islam falsch verstanden, die Terroristen haben den Islam falsch verstanden. Das hilft uns nicht weiter. Im Christentum, dieses ganze historisch-kritisches Denken, meiner Meinung nach, hat das Christentum gerettet. Indem, dass man die Texte genommen hat. Die Texte müssen im Kontext verstanden werden. Ja, kulturell, geografisch, philologisch. Ja, und dann können wir über diese Texte reden. Solange der Islam nicht so etwas kennt, werden wir immer Islamisten haben, die diese Texte nutzen. Verstehe. Ich danke dir ganz herzlich bisher, Herr, und will dir zum Schluss drei Satzanfänge noch geben. Und bitte dich, diese Sätze zu vollenden. Erster Satz. Wenn ich meinen Vater heute treffen würde, dann würde ich. Ich würde zu ihm sagen, es tut mir leid, dass ich nicht kommunizieren könnte, was sich in mir passierte. Ich würde zu ihm sagen, und ich würde ihm auch Zeit geben, die Veränderung, die in mir passiert, zu sehen. Und nicht durch Argumente zu ihm zu kommen. Ich halte in meinem Herzen die Hoffnung fest, weil? Weil Jesus Christus lebt und den Tod besiegt hat. Für Christen und Muslime in Deutschland wünsche ich mir Einen friedlichen Zusammenleben, dass wir einfach offen, kritisch, aber wohlwollend über unsere Religion, über unseren Glauben reden. Jesse, ich danke dir ganz herzlich, dass du heute hier zu Gast bist und deine Geschichte erzählt hast und uns hast in dein Herz blicken lassen. Danke für die Hoffnung, die du bezeugst. Ich wünsche dir alles Gute, Gottes Segen für deinen weiteren Weg. Und genau das wünsche ich euch auch, dass ihr eine Hoffnung im Herzen habt, die euch trägt und die euch bereit macht, die Welt zu verändern. Und ja, danke. Wir sehen uns beim nächsten Mal.